Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Dead by Daylight und wir spielen ein bisschen Dredge, yes. So jetzt müssen wir mal gucken wo alle sind. Da hinten. Ja! Upsi. Easy. Upsi. 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 Looky, looky. Seh'nix. 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 Policy. Seh'nix. Seh'nix. das, Alter. Machschlau. Yasssss So Oua Flink würde dir jetzt nicht so helfen Ich höre dich immer noch an Achso Danke Ich weiß nicht, ist er tot? Ich glaube mal schon, ne? Ne, jetzt ist er ein zweiter Hoch Achso 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 Das ist Achso Auch Ichاب Wtf? Flank 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 Ist das dumm, Alter? Das ist sowas von dumm Kann ich bitte meine Power wiederkriegen? Danke So. Wie weit können wir auch aus dem Game rauskriegen. Wenn wir wissen, wo er hingerannt ist. Ich habe jemanden drennen. Ich habe jemanden drennen. So, er ist tot. Er ist tot und sie ist tot. Da hinten sind auch welche. Die können wir dann auch noch schnappen. Er ist tot. 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 Oh, ein Hatshot. Ja, das bringt jetzt nicht die Challenge weit, aber ist ja... Ja, das ist ein Hatshot, das ist ein Hatshot. Ja, das ist ein Hatshot, das ist ein Hatshot. Okay. Ja, das ist ein Hatshot. Ja, das ist ein Hatshot. Ja.